Hallo Leute, liebe Zuschauer, das wird jetzt eine ganz kurze Vorführung betreffend Kreise aussägen. Ich will eigentlich nicht nur einen Kreis aussägen, sondern einen Ring, das heißt zweimal werde ich rundherum sägen. Das Ganze habe ich mit Teelichtgläser einmal gezeichnet, einmal der Außenkontur und mit dem Kleinen der Innenkontur. Das sollen dann auch Wegrutschhalterungen für Teelichtgläser sein, und zwar um diese auf den Teelichtsockel zu kleben. So, aussehen tue ich an der Excalibur mit einem, mit welchem Blatt? Mit einem Dreier, ich gucke jetzt nochmal, das dürfte ein Dreier MGT von Pegas sein, so wie ich das sehe. Ich habe hier einmal kurz angebohrt zum Einfädeln, und dies wird jetzt ein Innenausschnitt, und anschließend kriegen wir dann, wenn alles klappt, auch den anderen gut hin. So gespannt ist es. Okay. So eternally nutze ich jetzt! So gut schancen das Inteausschhalterungen nämlich beiимоritverververververстранter messing mit dir in der Einfädeln. So testen da völlig zu vielں arrangement. So Ora ich könnte das nicht gut zusammenkennen. Sonek auch noch den Ge comet in der عليه Spiel ¡ich Bolt baut! So denkt eben von einer II COP-iste Montage Sohiciency laubertververververververververververververververendierschön, Es ist jetzt natürlich nicht perfekt rund geworden, aber es ist genauso geworden, wie ich es angezeichnet habe und das denke ich mal kann sich fast sehen lassen. Ist zwar ein kleiner Hubbel hier und da, aber nichtsdestotrotz, das wofür ich es benötige, ist es in Ordnung. Hier habe ich jetzt vier Holzplättchen in drei Millimeter und wenn ich jetzt nur zwei, denn ich benötige ja nur zwei, dann passt es auch noch gut rein. Beziehungsweise ich kann hier noch einmal ganz kurz nachbessern. So, hier habe ich nämlich einen kleinen Hubbel, kaum merklich. Das war's. Anschließend erfolgt jetzt der Außenschnitt. Dazu wird wieder das Sägeblatt gespannt und das ist jetzt gut gespannt. Den Außenschnitt, den kann man immer noch gut anschleifen. Den Innschnitt, da bräuchte man dann eine Spindel zum Beispiel, eine rotierende Spindel und dann könnte man den auch noch ein bisschen ausbessern. So, hier ist es jetzt ein bisschen. so sieht es aus also wie schon erwähnt auch diesmal nicht ganz perfekt aber für meine zwecke ist es gut geeignet und dementsprechend mit zwei ringen kann man dann das hier gut platzieren und festkleben das kann man sogar unterschiedliche teelichtgläser jetzt rein tun bei teelichtern ist sowieso zum fehlen dass man dann dementsprechend hohe teelichtgläser rein tut die dann auch die flamme umschließt soweit zum thema ich danke fürs zuschauen ich zeige euch noch mal kurz das wäre dann ein altes teelicht und das sitzt dann auch richtig tief drin und dementsprechend ist das sicherer als dann dieses kleine teelicht das schon ein bisschen ein paar jahre auf dem buckel hat also diese sind nicht unbedingt zu empfehlen sowieso immer nur unter aufsicht und wie schon gesagt danke für zuschauen ciao 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 ciao